...90 bis 94 wurde geklebt in dieser zuverlässig arbeitenden Bohranlage, die 9101 Meter tiefer Hauptbohrung niedergebracht wird, untersucht. Ein Teil der Gerätschaften der Bohranlage ist nach der Händigung der Bohrarbeit in Fernrohung. Dieser Film soll helfen, Ihnen einen vollständigeren Eindruck über die Bohranlage in der Arbeitsweise zu vermitteln. Das eigentliche Landzeit war...